Musik Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Und gibt es jetzt die Führung. Da ist der Treffer. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Ford-Checking erarbeitet. Druck gemacht. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Ist hier immer noch am Ball. Chance zur Führung. Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Schöne Zuspiel. Das Tor. Die hoxe. Schöne gespielt. Untertitelung des ZDF, 2020